Hallo Leute, heute habe ich die erste von drei Stapel-Tins hier für euch. Eine etwas ältere Stapel-Tin, meine ich zumindest. Zumindest habe ich das so in meiner Recherche herausgefunden habe. Ich habe es bei Amazon bestellt. Es sind wohl im ersten Release, sage ich mal, waren andere Booster drin, als jetzt hier drin sind. Eingeschrieben, es wäre repackt gewesen, weil es immer nur dreimal strahlende Sterne drin ist. Wäre eigentlich sonst etwas anderes drin, aber wir haben es auch schon mal mitgekriegt, dass die Pokémon Company, gerade bei Mini-Tins oder sowas, wenn man da guckt mit dem Code, der auf der Mini-Tin drauf ist, ich weiß nicht, ob hier auch einer drauf steht, aber ich glaube, ich habe hier keinen gesehen, dass man daran erkennen kann, was drin ist und dass es dann welche gibt, die aktuelle Booster haben, obwohl es eine Tin ist, die eigentlich aus 2020 oder sowas ist. Oder halt, wenn es eine alte ist, die damals auch gepackt wurde, dann kann da auch was Drachenwandel oder sowas drin sein, als Beispiel jetzt mal irgendwie. Und von daher kann es durchaus auch sein, dass das hier legitim ist. Zumindest ist es von der Verpackung her sehr legitim aus, so wie es zugeschweißt ist. Und ja, mal gucken, was drin ist, ob wirklich dreimal strahlende Sterne drin ist und wie die auch verpackt sind und ob wir es drin haben. Wir werden es sehen. Einer ist hier die Feuer-Tin, das ist die, die ich hier für euch habe. Und da sind hier Hopplo, haben wir hier, Routena, dann haben wir noch das schöne Victini hier und natürlich ein Glurak, das Feuer-Pokémon schlechthin. Und ansonsten, ich finde diese Stapel-Tins eigentlich immer ganz witzig. Hier sieht man mal, stapeln sie. Wähle eine Tin-Box, die zu deinem Typ passt. Kräftig wie Typ Kampf, heißblutig wie Typ Feuer oder geheimnisvoll wie Typ Finstens. Diese praktische Stapel-Tin-Box, des Pokémon-Sammelkartenspiels, lässt sich wunderbar mit anderen stapeln und enthält. Drei Booster-Packs des Pokémon-Sammelkartenspiels und eine Pokémon-Münze. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze mal auf. Hier ist irgendwie so ein Ruff-Bappert-Ruff. Können wir ja beiseite machen. Gucken, ob wir es aufkriegen irgendwie. Das reißt leider nicht ein. Ah, doch jetzt. Da hängt es auch noch fest. Gut, Plastik kann weg. Sagt weg. So, dann gucken wir rein. Und was erwartet uns hier? Strahlende Sterne, strahlende Sterne und strahlende Sterne. Auf den ersten Blick sehen die komplett legitim aus, finde ich. Also ich kann da jetzt nichts dran feststellen. Die Münze hier mit einem Pikachu drauf. Also wie gesagt, da gibt es welche, die da schreiben, dass es irgendwie Scam sei und repackt wäre oder sowas. Aber auch lassen sie sich komisch aufmachen lassen. Ja, aber das habe ich auch teilweise schon gehabt. Ich kann mich erinnern, in den Pokéball-Tins glaube ich, ist die eine Sorte Booster-Packs. Da ist, das ist ja fast auseinandergefallen oder sowas. Also ich würde da nichts drauf geben. Auch hier. Das reißt hier so ein bisschen ein, aber ich weiß jetzt nicht. Also wirkt für mich jetzt auf den ersten Blick nicht irgendwie, als ob es gepackt wäre. Jetzt muss ich gucken. Die Code-Karte ist da. Die ziehen wir schnell weg. Dann eins, zwei, drei, vier Karten nach vorne. Wir haben keine Energiekarte zum Raten, denn es ist eine V-Star-Karte. Und wir legen los. First Pack Magic. Wir haben hier Chilabel, Reinigende Handschuhe, Zwirklop, Kikugi, Riolu, Staralili, Kripuk, Felilu. Da haben wir ein Pipi auf dem Reverse-Slot und auf dem Rare-Slot. Ein Befehl vom Boss, eine Holo-Rare-Karte. Jetzt noch nichts besonderes, aber das hat ja nicht unbedingt was zu heißen. Die Karten fühlen sich auch irgendwie nicht so an, als ob sie irgendwie kaputt wäre. Ein starrer Lili wieder. Okay, wir haben eine Code-Karte. Eins, zwei, drei, vier. Wieder eine V-Star-Karte. Okay, das ist auffällig schon. Aber es kann auch einfach nur Zufall sein. Wir haben ein Pelze-Bub hier. Knacksel, die Gloria, Staralili, Knilz, ein Plintfar, ein Chelast, Kripuk. Dann haben wir Cincias Ehrgeiz auf dem Reverse-Slot und auf dem Rare-Slot ein Golgantis, eine Standard-Rare. Okay, Last Pack Magic. Mal gucken, wie es hier aussieht. So, die Code-Karte. Eins, zwei, drei, vier. Guckt an, hier ist jetzt wieder eine Energie-Karte oder mal eine Energie-Karte. Ich nehme natürlich Feuer, wie die Box ist. Nein, Finsternis. Dann haben wir ein Voluminas, Jubel von Team Yell, Chillabell, Pupanzer, Schnäppke, Nasgened, ein Kokomil, ein Petsneef. Dann haben wir ein Voluminas auf dem Reverse-Slot und der Rare-Slot ein Boreos. Oder Boreos. Eine, ja, keine Holorare, eine normale Rare. Ja, also es ist jetzt kein gigantischer Hit drin gewesen, aber die Code-Karten sagen es auch. Wir haben zweimal eine weiße Code-Karte und einmal die schwarze Code-Karte und das war dann halt der Befehl vom Boss, die Holorare. Ja, das hat nicht unbedingt was zu heißen, finde ich. Ich hatte auch schon, wie gesagt, ganze, auch Pokéball-Tins oder so oder sogar eine ganze Kollektion mit vier Buchstaben, wo nicht ein Hit drin war. Also, das hat noch nichts zu heißen. Wir haben ja noch zwei Stück zum Aufmachen, die werde ich auch noch in jeweils einem Video euch zeigen. Ich denke mal, danach kann man dann eher beurteilen, wenn das natürlich auch alles, alle drei Tins, alle drei Stapel-Tins, keine Hits enthalten. Ja, selbst dann könnte man, aber selbst das kann auch Zufall sein. Also, das ist halt immer alles doch wirklich sehr, sehr random hier. Und, ja, man kann Glück haben, man kann aber Pech haben. Also, ich weiß nicht, ich hätte jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwas repackt wäre oder so irgendwas hier. Ah, das ist hier oben, das ist hier oben, das, was sie gesagt haben, das ist schon ziemlich, äh, es lässt sich da nicht auftrennen hier. Ja, es ist doch hier. Doch, 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 da schon. Also, nee, das ist nicht, das wirkt nicht, als ob es geklebt wäre oder so. Also, wie gesagt, finde ich jetzt, ähm, weiß nicht, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, was glaubt ihr habt ihr euch diese, äh, Stapel-Tins ja auch bei Amazon bestellt mit den drei Strahlende-Sterne-Boostern drinne. Ähm, was habt ihr für einen Eindruck? Hattet ihr Hits drinne? Äh, ja oder nein? Meint ihr, die sind gerepackt in irgendeiner Art und Weise und dann, äh, zurückgeschickt worden an Amazon oder so? Also, ich hab jetzt irgendwie nicht so den Eindruck. Aber mal gucken, was die anderen beiden Tins noch so bringen. Ich bin gespannt. Ja. Gut, ich sag danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.